Kunden fragen uns, wird die Rattengrüderstation FZV30 von den Ratten überhaupt angenommen? Als Antwort auf diese Frage präsentieren wir Ihnen dieses kleine Video. Auf Veränderungen im Lebensraum reagieren Ratten zunächst sehr vorsichtig. Bereits nach kurzer Zeit kamen immer mehr neugierige Schadnager, um die Rattengrüderstation zu inspizieren. Es dauerte nicht lang, bis die ersten Ratten in die FZV30 Rattengrüderstation einstiegen. Wie Sie sehen, die Rattengrüderstation FZV30 wird von den Schadnagern sehr gut angenommen. Die Rattenkühlerstation FZV30 schützt den Wasserkreislauf vor Rattengift.